Hallo Shorty, was machst du gerade? Nichts. Ich guck ein bisschen Fernsehen und kiff ihn blöder. Bist du allein? Was geht an? Was geht an? Was ist da los? Wer ist noch da? Geh mal ins Telefon. Was geht an? Was geht an? Ja, du geh. Geh mal ins Telefon. Ja. Was geht an? Und was machst du so? Nichts. Nur rumsitzen. Ich kann es nicht die Webtee machen. Und was geht an?